Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und heute geht es um das Thema Astrofotografie. Aber das habt ihr ja vielleicht schon gemerkt. Ich erkläre euch, was ihr braucht, was ihr einstellen müsst und was ihr beachten solltet. Und das Ganze hoffentlich für Einsteiger verständlich. Das A und O der Astrofotografie ist die Wahl der richtigen Location. Am besten ohne künstliche Lichtquellen und ohne Lichtverschmutzung. Dann gehört natürlich auch noch ein bisschen Glück mit dem Wetter dazu und etwas Planung. Mit Apps wie Starchart, Skymap oder Skyview Free erfahrt ihr, wo und wann welche Himmelskörper am Nachthimmel zu sehen sein werden. Dann spielt natürlich auch noch der Mond eine wichtige Rolle. Denn der Mond überstrahlt alles andere am Nachthimmel. Das heißt, ihr solltet entweder bei Neumond oder vor Mondaufgang fotografieren. Weiter geht's mit dem Thema Ausstattung. Der essentiellste Part der Ausstattung ist ein ordentliches Stativ. Ich verlinke euch da ein paar günstige Alternativen unten in der Videobeschreibung. Als nächstes braucht ihr natürlich eure Kamera und ein passendes Objektiv. Und beim Objektiv bietet sich natürlich ein Weitwinkel an, da ihr viel von dem Nachthimmel und viel von der Landschaft betraut bekommen wollt. Am besten natürlich eins mit weitoffener Blende. Das heißt zum Beispiel ein Weitwinkel-Zoomobjektiv mit Blende 2.8 oder am besten eine Festbrennweite mit Blende 2 oder weniger. Aber da vor allem im Weitwinkel fotografiert wird, könnt ihr auch das Kitobjektiv eurer Kamera verwenden. Das ermöglicht dann zum Beispiel bei 28 oder 24 Millimeter eine Blende von 3,5. Dann sind zwar die Ecken des Bildes nicht mehr ganz so scharf, aber Hauptsache ist erstmal, es kommt genug Licht rein. Ich verlinke euch trotzdem noch ein paar gute Alternativen unten in der Videobeschreibung. Und auch die Wahl der Kamera ist entscheidend, denn die sollte mindestens einen APS-C großen Sensor haben und auch ein relativ gutes ISO-Rauschverhalten. So eine A7 III zum Beispiel ist perfekt dafür geeignet, denn die hat einen Vollformat großen Sensor und rauscht selbst bei ISO 6400 noch nicht allzu stark. Die komplette Intro-Sequenz wurde übrigens mit der A7 III, dem 16-35mm G-Master 2.8 Objektiv und ISO 6400 aufgenommen. Und wenn ihr sowas habt, ist auch ein Fernauslöser für die Kamera echt praktisch, denn damit kann man die Kamerabewegung beim Auslöserdruck minimieren. Aber falls nicht, ist auch nicht so schlimm, dann nehmt ihr einfach den Selbstauslöser auf 2 oder 5 Sekunden. Und weiter geht's mit den Einstellungen an eurer Kamera. Die Blende sollte so weit wie möglich geöffnet werden. Eure ISO sollte je nach Blende und Belichtungszeit, aber dazu später mehr, zwischen 3200 und 6400 liegen. Mit niedrigerer ISO bekommt man ohne Objektive mit krasser Blende oder zu langer Belichtungszeit kaum ordentliche Ergebnisse hin. Bei spiegellosen Kameras wie meiner Sony hier auf jeden Fall den elektronischen Erstvorhangsverschluss verwenden. Englisch heißt das Ganze Electronic First Curtain Shutter. Oder am besten gleich den kompletten Silent Shooting Modus verwenden. Denn beides reduziert das Kamerawackeln beim Auslösen. Und auch noch ganz wichtig, schaltet solchen Mist wie Langzeitbelichtungsrauschminderungen ab. Denn das kostet beim Speichern nur Zeit und Lightroom und andere Bearbeitungsprogramme bekommen das deutlich besser hin. Die Kamera wird in den komplett manuellen M-Modus geschaltet. Denn nachts, wenn kein Licht da ist, funktioniert auch keine Belichtungsautomatik. Und auch der automatische Fokus funktioniert bei Nacht nicht mehr richtig. Das heißt, ihr schaltet euer Objektiv von Autofokus auf manuellen Fokus um. Aber selbst das ist relativ schwierig. Nutzer von Spiegelreflexkameras haben den Vorteil, dass der Sucher ja tatsächlich das Bild anzeigt, was ihr durchs Objektiv seht. Also könnt ihr auf die Sterne scharf stellen. Aber bei spiegellosen Kameras ist das nicht ganz so einfach. Denn ihr seht auf dem Display einfach gar nichts. Rein absolut gar nichts. Ihr könnt nicht fokussieren. Das Ganze ist Rätselraten. Und bei Sony Objektiven mit Focus by Wire wird euch dann eine kleine Skala unten im Display angezeigt. Und der eigentliche Unendlichpunkt liegt nicht am Ende der Skala, sondern relativ kurz davor. Da hilft dann nur probieren. Aber nach drei oder vier Aufnahmen solltet ihr hoffentlich wissen, wo der Fokus sitzt. Bei Objektiven mit einer Fokus Skala ist das relativ einfach. Denn dort sitzt unendlich meistens auch dort, wo es eingezeichnet ist. Wenn auch nicht immer. Wenn der Fokus dann einmal sitzt, ist das nächste Problem die Belichtungszeit. Denn die darf nicht zu kurz sein, denn sonst sieht man nichts. Und die darf auch nicht zu lang sein, denn sonst werden aus den Sternen Striche. Und das ist abhängig von der Pixeldichte eurer Kamera, von der Brennweite eures Objektivs, von eurer Position auf der Erde und von der Position des Himmelsobjekts, was ihr fotografieren wollt. Als erstes gilt, umso kleiner die Brennweite eures Objektivs, umso länger könnt ihr belichten. Und als zweites gilt, umso größer ein Pixel auf dem Bildsensor meiner Kamera ist, umso länger kann ich belichten. Ich kann also mit einer 24 Megapixel Sony A7 III länger belichten als mit einer 42 Megapixel Sony A7R III. Und mit der wiederum länger als mit einer 24 Megapixel Sony A6300, denn auf dem APS-C Sensor sind die Pixel noch kleiner. Das Ganze kann man aber etwas umgehen, indem man im Nachhinein die Ausgabebildgröße reduziert. Und als drittes wird es jetzt richtig kompliziert. Die Deklination bezeichnet die Winkelgeschwindigkeit, mit der sich ein Objekt am Himmel in Abhängigkeit von eurer Position auf der Erde bewegt. Aber die Berechnungen dafür sind deutlich zu kompliziert, aber ich verlinke euch einen guten Artikel dazu unten in der Videobeschreibung. Ich beschränke mich dann doch lieber wieder aufs Probieren, denn so richtig praktikabel ist das für mich nicht, vor jedem Astrofoto auszurechnen, wie denn jetzt meine maximale Belichtungszeit mit dieser Deklination sein könnte. Ich fotografiere einfach lieber. Aber jetzt mal zu ein paar Beispielswerten. Bei meiner Sony A7R III mit dem Sigma 35mm Objektiv konnte ich fast 15 Sekunden lang belichten, ohne dass aus den Sternen Striche wurden. Bei der A7 III dagegen mit dem auf 16mm eingestellten Objektiv konnte ich fast 30 Sekunden lang belichten. Also irgendwo zwischen 10 und 30 Sekunden wird hoffentlich auch bei euch passen. Leider gibt's für das Ganze keine einfache Faustformel, denn das ist einfach von viel zu vielen Faktoren abhängig, wie ihr jetzt gemerkt habt. Bei APS-C Sensoren muss man auch den Cropfaktor der Brennweite berücksichtigen und die Sensoren haben meistens eine deutlich höhere Pixeldichte. Ganz zu schweigen von Micro Four Thirds Sensoren zum Beispiel mit 16 oder 20 Megapixeln, da ist zum Beispiel an eine relativ lange Belichtungszeit gar nicht zu denken. Ganz zu schweigen vom Rauschvorhalten bei ISOs 3200 oder 6400. Ich empfehle euch ausschließlich in RAW zu fotografieren, denn die Nachbearbeitung eines Astrofotos ist mehr als die halbe Miete und aus RAW könnt ihr einfach so viel mehr noch rausholen. Und ihr müsst euch natürlich keine Gedanken um den Weißabgleich bei der Aufnahme machen und ihr könnt einfach im Anschluss locker flockig damit rumspielen. Und der Weißabgleich ist einfach ein entscheidender Faktor dafür, wie der Sternenhimmel am Ende im Bild wirkt. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Astrofotos bearbeitet habe, dann lasst uns euer Abo da und gebt uns eins auf die Glocke, damit ihr das Video zur Astrofotografie Bearbeitung inklusive Lightroom Presets nicht verpasst. Also ihr habt eure perfekte Location, eure Kamera auf dem Stativ, ISO, Blender und Belichtungszeit eingestellt, ordentlich fokussiert, am besten den Selbstauslöser auf zwei Sekunden gestellt und im besten Fall Electronic First Curtain Shutter oder Silent Shooting aktiviert. Dann kann's losgehen. Da sich der Nachthimmel über euch bewegt, lohnt es sich auf jeden Fall mehrere Fotos zu machen und auch länger an einer und derselben Location zu bleiben, denn der Himmel über euch sieht alle paar Minuten wieder anders aus. Wenn ihr etwas mehr von der Landschaft mit auf den Bildern haben wollt, lohnt es sich auch, die Belichtungszeit mal etwas länger zu drehen. Dann ist es auch egal, ob aus den Sternen Striche werden, denn das Bild der Landschaft wird am Ende mit dem Bild der Sterne verschmolzen. Wichtig ist nur, dass ihr die Kamera zwischen den beiden Bildern nicht bewegt. Das funktioniert sogar mit einem und demselben Bild, was nur unterschiedlich bearbeitet wird und am Ende verschmolzen wird. Und das ergibt dann einen echten Wahnsinnseffekt. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch in dem schon angesprochenen Video zur Astrofotografiebearbeitung. Bei Astrofotografie gibt's aber auch noch viele andere Techniken, auf die wir vielleicht in späteren Videos noch eingehen. Als Beispiel würde ich zum Beispiel Astro Stacking gerne mal ausprobieren. Dort werden mehrere relativ kurz belichtete Bilder übereinander gelegt, um dieselbe Helligkeit zu erreichen, die ein länger belichtetes Bild hat. Aber das Ganze reduziert das Rauschen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über euren Daumen nach oben freuen und wenn nicht, dann lasst uns in den Kommentaren wissen, woran es gelegen hat. Wir würden natürlich auch liebend gerne eure Astrofotos sehen, also taggt uns bei Instagram mit dem Hashtag Schießstandfoto oder postet sie in eine von unseren Facebook-Gruppen. Und wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung Links, um uns kostenlos mit euren Einkäufen zu unterstützen. Viel Spaß beim Astrofotos machen und ciao bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.